Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 Part 35 Ich mach gleich weiter Und ich muss hier rein Und es wird immer gruseliger Aber warum müssen die Räume so krank sein? Ich muss einfach gerade hoch Oh shit Oh mein Gott Oh shit 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 Oh included Oh shit Guck mal was hier rumliegt Sammle mal alles schön ein Aber hier hinten war auch noch was, das sammeln wir noch schnell. Irgendwo lag doch Geld. Was ist das hier eigentlich? Das sind Bette und so, cool. Ah ja, genau hier war was. Wir haben eine Mission, verlaufen wir hier schnell lang. Wo geht's hier rein? Äh, ich guck mal ganz kurz. Ja, ist alles verschildet. Das sind Gesichter drauf. Und hier, wer schläft hier? Ah. Alles dieselben, alles grau oder was? Ja gut, ich muss noch schnell die Munition einsammeln. Was war das hier? Das habe ich nicht gebraucht. Munition ist immer sehr wichtig. Geld, Geld. Brauch ich nicht. Wo? 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 Ok, guck mal, ob ihr es läsen könnt. Hier geht's noch weiter runter. ja versucht es einfach ich vermuche wir können es nicht lesen aber egal das macht dann das ganze spiel aus am shop mal kurz was wollte ich noch mal im shop ja genau ein knode vielleicht kaufen nicht genug geld habe aber habe ich was zum verkaufen ich glaube ich habe etwas aufgenommen wo ich nicht brauche ja genau hier strahl munizierung ja das war es auch schon aber kaufen wir uns noch mal fahrt ich glaube einfach ein knode kann ja nie wissen halten wir uns kurz muss hier rein ja dann gehen wir weiter oh man ey oh man ey oh man ey wer schreit da so krank wo geht es denn hier lang ah da ich mach nur ein bisserl weiter oh man ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig oh shit ey da ist man angespannt warte zum hänger das war anscheinend normaler mensch oder wie das ausscheinend normaler mensch oder auch gerade weg krank das könnte theoretisch sehr gut sein weil der traubische fische erst auch kurz und abgestürzt muss ich überhaupt lang ah da rein oh shit ey ich muss ja runter äh hoch pering wer ok so viel hil ist scheiße und das bewegt sich nicht ach so ich muss nach rechts und gleichecontrol schicken was Ah ja, gut Ich sollte dahinterbleiben, ich sollte dahinterbleiben, shit Das ist so ein Witz, ey Okay, und jetzt schieben Fuck Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich wird es einfach die innere Rennen Ja gut, ich warte noch kurz, eh, nix Renn, 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 renn Fuck Ich bin verarsche Toll Ich versuche mal auf der anderen Seite Am Anfang habe ich gedacht, ich sterbe nicht und jetzt bin ich schon tausendmal gestorben Ah, hier sind die Teile zum Auffahren Munition Das ist schon offen Das ist gleich nix Ah, hier ist aber ein Loch Okay So, ich könnte jetzt noch Ich versuche jetzt mal auf der Seite hier Ich versuche jetzt mal auf der Seite zu schießen Ich versuche jetzt mal auf der Seite zu schießen Ja klar, ich muss weiter vorschießen Ja klar, ich muss weiter vorschießen Weil ich glaub da ist keins mehr Dann muss ich noch auf der anderen Seite alle kaputt schießen Renn, 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 renn Ok, sehr schön Ja 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 Ich bin einfach da Ja Ja Verrückt Ich bin jetzt nur einer Okay Ah, es scheint aus zu sein Sehr schön Jetzt muss ich hier hin, oder? Ja, ich weiß es dir eben nicht Sehr schön Ach Oh no Alles klar Oh shit Ich muss nach unten, aber ich kann ja nichts drücken Oh Ah Ich muss da lang Ach so Hier, ne Ah, da ist eine Türe dahinter Da muss ich durch Erstmal hier alles auf, Mark Geh auf Geh auf Geh auf Sehr schön Ja, ok Ja, gut Allge Allge Ja, Munition Hier ist schon gleich auch Munition drin Und Munition Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Korn war aus Sie haben den Singularitäts-Kern Sie haben den Singularitäts-Kern Geh auf Geh auf Geh auf Geh auf Fuck Fuck Ich mach Start drauf Ich muss nicht gegen mich jetzt drauf Geh auf Geh auf Ich habe selbstliche Vitalmignale von Schirmes verloren Ist er tot? Oh Gott Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac Toll Hab ihn Stahlspec Ja gut Ne, muss schnell Geh auf Ich gehe auf Shit Der Typ ist tot Scheiße Ich fand den Tyb besser als die Frau Ich find den Tyb besser als die Frau Oh, die Klinge sind echt übelnd brutal E.A.Q.I.E.R.U. Geld, ok, schnell Sofortige Evakuierung des Schiffes Sofortige Evakuierung des Schiffes Ach, Scheiße, Alter Sofortige Evakuierung des Schiffes Sofortige Evakuierung des Schiffes Wow Schnell raus hier Sofortige Evakuierung des Schiffes Sofortige Evakuierung des Schiffes Ich bin draußen, Gott sei Dank Muss ich hin, schnell da runter Sofortige Evakuierung des Schiffes 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 Sofortige Evaku Sofortige Evakuierung des Schiffes Sofortige Evakuopolitika Ich glaube, ich kaufe mir gleich noch mal einen Knode. Ja gut, das reicht ja schnell. Und das hat jetzt zum Schluss nochmal zu zeigen, dass ich so total erschreckt wurde. Gut, äh... Mein Rig verbessere ich. Ja. Plasma-Kader verbessere ich noch. Ähm... Tempo oder... Ja, das mache ich. Und Schaden. Perfekt. Yeah. Okay, raus aus der Hölle hier. Ich hab grad gedacht. Schack. Vordere speichern, ja. So. Okay, gut, dann sehen wir uns im Kapitel, äh, Part 36 wieder. Also, bis dann. Ciao. So. So.